So, da sind wir wieder zurück. Wir wollten raus. Warte mal. Laden? Hier. Hier lagen wir wieder regulär raus. Wir kommen durch die Filmrolle, ne? Wo war jetzt nochmal die Filmrolle? Shit. Die war... Chat, wo war die Filmrolle? Wollen wir die Filmrolle gesehen? Die war in dem Raum, wo wir eine Flüssigkeit zuerst gefunden haben. Shit. Wo war das? War das jetzt Storage? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube ja, ne? Ach, und die. Ne, es war sogar da hinten, oder? Was ist denn hier rein? Ich glaube, beide sind hier. Oh. Schiekassette. Nice. Doch, das war hier, oder? Sind wir nicht davor? Doch, wir sind davor. Set Storage. Ne, das war... Ach shit, das war das hier. Dann könnten wir aber... ... kurz den... ... einen Raum da aufmachen. Wenn wir schon hier sind. Warte mal, sind wir jetzt gerade wieder. Ah, doch. Aha. Ja. Hier. Was will ich raten? Schlüssel? Spielplatzschlüssel? Okay. Wow. Alright. Da haben wir eigentlich alles. Was sind Off-Camera fehlt? Keine Ahnung. Irgendeine kleine Munition oder so wahrscheinlich. Äh. Okay. Head to lines. Nee, nee, nee. Hier die Außenanlage. Okay. Nummer 2 liegt wahrscheinlich... Da drüben liegt irgendwo eine Münze. Toolshed. Da kommen wir nicht rein. Aviary müssen wir irgendwie von außen nochmal ran. Nummer 6. Das war Greenhouse. Da lag irgendwas mit uns... Haben es wahrscheinlich nicht mitgenommen. Okay. Nummer 4 ging runter. Okay. Hä, wo müssen wir jetzt da noch hin? Wo hatten wir die Rolle? Shit. Hallo Natalie. Weil wir sind alle so verwirrend. Ja, mega. Wo haben wir die scheiß... Filmrolle gesehen? Wir kamen in den Raum rein. Der ging so komisch rum. Ich habe keine Ahnung, mein Wurz war, Shit. Shit, 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 shit. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, ich versuche auch gerade zu überlegen. War das im Basement? Hier war es doch glaube ich nicht mehr... Es müsste ja noch rot angezeigt werden. Ich meine wieder Protection Room. Office war es nicht. Toiletten. Welche Toiletten waren es? Gut, also wir schließen wir ab. Hier haben wir glaube ich nichts gehabt. Da im Ruhm A war nichts. Das ist clean, das ist clean. Ich glaube, das war der Raum. Der hier. Wir kamen nämlich rein, sind glaube ich einmal im Pferd rumgelaufen und wieder zurück. Ich glaube, das war das hier. Deswegen sind wir doch quer hier einmal rübergelaufen. Okay, haben wir genug Platz? Yes. Wir haben genug Platz. Verletzten. Alright. Dann haben wir jetzt was zu tun. Wir gehen this way. Oder? Ja. Der Set Storage ist ja hier. Da war mal gerade. Hier ist der Set Storage. Ja. Zimmer davor. Ne. Ich weiß noch glaube ich wo. Ja. Ich weiß wo. Glaube ich. Wir müssen jetzt zurück in den Park. Hey Bro. Ach, die brauchen die Symbole. Chat, da müssen wir rein. Ah. Okay, okay. Nächstes Mal. Wir machen jetzt erstmal das Ding. Also. This way. Und hier bleibt. Bleibst du ruhig please? Yes. Ruff ruff. Ruff ruff. So. Hier müssen wir runter mit dem Fahrstuhl. Sorry Hund. Los. Ab, runter. Oh, Hund kommt. Ruff ruff. Craf, Craf. Oh, der Dicke ist da. Okay. Wir kleben mich mal fest. Scheiß drauf. Bitch. Du bleibst auch hier. Scheiß auf dich. Let's do it slow. Hi, Mouse. Friendly, friendly, friendly. So. This way. Hi, Bro. Ciao. Ja, das war hier. Yep. We got it. Thanks. Okay, ciao. We are all friendly, friendly. Ciao. Jetzt hoch zum Filming. Um wie jedes bringt uns jetzt nichts. Sie sind getaped. Hitsch. Also fachst du wieder hoch, rüber ins andere Gebäude. Ah, Filmrollenraum. Äh, jetzt. Und dann könnte man, wenn da nichts rauskommt, holen wir uns die Medaillen und gehen zum Aviary. So. Ist auch eine Art, der Simulator ist halt so. Ist sehr verwirrend, aber ich versuche mich gerade zusammenzureißen. Graf, graf. Graf, graf. Hier rüber. Einmal runterlaufen. Komm, ich kann mal weghauen. Sorry. It's time to fix. Wie kann man es am besten noch mal schnell hoch? Wieder über die Kinder, ne? Vielleicht müssen wir dann mal hier ins Theater. Werden wir gleich sehen. Also, hier rein. Jetzt zieht sich halt ein bisschen, ne? Ein bisschen. So. Na. Oh, Mann. So dumm. Bleib liegen, Bro. Mann, Bitch. So unnötig jetzt Damage bekommen. Hier. So. Haben wir jetzt den ganzen Film? Oh. Sieben. Zurück auf zwölf. Vier. Sieben, zwölf, vier. Okay. Gehen wir ganz kurz da rüber. Und hier. Er hält so viel aus. Warte. Das heißt, jetzt müssen wir. Warte mal, das richtig. Ich bin's wieder zum Safe. Wieder zu der einen Station, wo wir gerade eben waren. Im Storage Room. Wobei wir könnten. Ja, ich hasse auch. Erstmal hier rüber. Ich glaube, wir kommen vorher nicht an einer Lagerstätte vorbei. Oder? Jetzt kann man auf die Karte gucken. Ah, unten halt. Doch. Doch, ich kann's mitnehmen. Ich hab' Platz. Ja. Okay, okay, okay. Also, links rein. Wenn wir schon auf dem Weg sind, können wir's direkt einsetzen. Ich glaube, ich heal. Thanks. Und ich save. Und nehm' dein Zeug raus. Nehm' und nehm'. Oh, weil's jetzt richtig drehst. Ah, können wir gar nicht. Uffs. Äh. Ne. Hallo. Jetzt können wir eigentlich sogar verstecken. Weil, ich glaub' ja, den hier auch erst mal. Wir kommen nämlich gleich noch mal auf den Spielplatz, glaub' ich. Wobei wir die Münze eher verstecken können. Macht das Sinn? So, weil... So, weil... Ja. Got it. So. Jetzt raus hier. Und in den Vorhof. Oh. Dein Ernst? Hä? Ach, wegen dir. Und wegen dir. Damage wieder willkommen, Phoenix. Moan. Das, wenn du triggern, ist wirklich so doof, ey. Wie ich schon die ganze Zeit sag. Ich weiß manchmal nicht, ob du nah genug dran bist oder nicht. Oder doch. Oder... Komm her, Undi. Ah, guck. Ja. Können wir das einsetzen? Ah, jetzt kommst du ja wieder. Hopp. Äh. Jetzt hätte ich eigentlich speichern können, ne? Doppeltool. Box. What? Tools 2. What? Lol. Index verwenden. Ach sooo... Neee. Hä? Habe ich jetzt so ein Ding reingeschoben? So ein Magazin? Für so ein Ding? Oder what? Versuchen. Batterie? Was mache ich denn gerade hier? Wo sind wir denn jetzt hier? What? 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 Oh, guck mal, der Vogel. Oh, oh. Können wir den Strom irgendwie rüber leiten? Ah, der kommt von oben. Ich wollte eigentlich nur mal den Storage rum. Ah, Insert. Wir haben noch keinen Strom hier drauf. Okay. Was ist hier? Nichts. Ah, brauche ich auch noch eine? Ah, ne. Warum fehlt hier überall Stromi? Muss ich den umlenken? Ich glaube schon auf links. That's why. Ich gerade auf rechts gestellt habe. Oder? Ja. Ach, lol. Guck mal, was da drin ist. Yo. Äh. Wow. Äh. Bitte. Okay, dann hole ich mir ganz kurz meinen... Oh. Hey, wer bist du denn? Okay, ciao. Äh, eine Münze. Weil speichern. Ja. Okay. Haben zwar gerade eben erst, aber scheißegal. Jetzt nochmal raus. Ah, wobei. Erstmal gucken, was da oben jetzt abgeht mit den Dingern. Okay, wenn ich das ganz hoch mache, kommt der Vogel rein. Glaub ich. Ja, ist schon auf. Warte, wir kommen... Wir müssen da rein. Wir gehen erst mal dem einen nach. Und zwar... Wir wollten ja... Was wollten wir? Ach, die Kombination. Wollen wir das jetzt hier machen? Moment. Wurde ich durch und dann kommen? 7, 12, 4. Dankeschön, Bali. Einmal hier runter. Da können wir das schon mal abhaken. Glaube ich. Ein bisschen zumindest. Hier durch. Hier durch. So, in den Raum da vorne. Und rechts ist safe. Okay. Ähm... Nein. Nein. Ah. 7. 12. 4. Shit. Mal auf links 7. Rechts auf 12. Mit der links auf 4. Ja. Ne? Äh, doch. Ups. Ach, jetzt kriegen wir den Codefee an die... Es hört einfach nicht mal auf. Jetzt müssen wir schon wieder zurück an die andere. Was ist das hier jetzt noch? Nick, was geht? Oh je, oh je, oh je. Wieder zurück. Und zwar Kanalisation wieder dahin. Wir kamen doch gerade eben von da und haben die Rolle geholt. Also langsam ist wirklich Walking Simulator. weiter. Weiter, weiter, weiter. Wir gucken jetzt ganz kurz, was von dem Moon abgeht. Bra, bra, bra. Bup. Ab rein hier. Muss ja alles nach und nach jetzt Sinn ergeben, oder? Mann, ich gehe jetzt durch. Wobei ist ja noch die Tür. Ah, wow. Was ist denn jetzt schon hier wieder neu? Überall neues Zeug. Es wird dunkel. Oh, Moni. Warst du das? Nee. Äh, du bleibst da drin, ja? Okay, jetzt zum Park. Von anderen Seite verschlossen. Tape. Waren wir hier schon? Nee. Oh, mein Freund Lyon hat mir alles gesagt. All I said about her. First, I... Be that in the ground. Then I stop the face. Sometimes we get a waste on the earth. Welcome, welcome, welcome. To, to our... Our... I'm here to educate the children. They will clamor until you're... Oh, my... Oh, awesome. Now we... Yay! Oh, nice. Shut up. Oh, Schiedkassette. Ich gucke da noch nach Loot, aber... Nope. Nope. Burger. Jetzt können wir hier den Weg freimachen. Ja. Oh, will ich da wieder hin? Vielleicht wegen dem Vogelfieh. Okay, bevor ich jetzt durchlaufe, wieder rückwärts durch muss und die wieder töten muss. Nope. Also. Ich meine, so langsam findet man ja auch schon ein bisschen rein, ne? Aber es ist trotzdem... Komisch. Jetzt links, gucken wir mal. Aha. Ach, da können wir jetzt das Ding aufmachen. Okay. Hundefutter. Warte mal, das können wir doch schieben. So. Braucht nur sechs Platz. Sollte passen. Komm, gib her. Nice. Die Hundehütten. Jetzt können wir hier aufmachen. Aha, als Abkürzung. Irgendwas inside. Nope. 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 Hier ist die Hundeklappe, aber wir kommen nicht rüber. Okay, aber wir müssen schon was Hundefutter. Vorbestes Hundefutter rübergeben. Hm. Jetzt haben wir erst... Ah, wobei, ich kann beides mitnehmen, ne? Sicherung. Können wir das Ganze eigentlich da lassen. Wo jetzt der Spielplatzschüssel hin muss, I don't know. Wir haben auch, glaube ich... Warte mal, dass ich richtig bin. Oh Gott, ich bin so verwirrt langsam. Hier haben wir sowieso ein Lager. Das heißt, wir kommen nochmal an die Sicherung ran. Hier. Sicherung. Verstecken. Yes. Verstecken. Können wir mitnehmen. Boah. Mein Brain langsam. Hier lang. Dann... In den Public Park. Hundefutter geben. Oh, können wir sprinten? Wir bräuchten einen Chocolatbars, ne? Ruff, ruff. Ist immer ein bisschen schneller, deswegen gibt es hier halt auch. Aber bevor ich jetzt die auch wieder kaufe oder hole. Nope. Es ist endlos entspannend, wenn du nebenbei bappeln bist. Dankeschön, Diggy. Sorry, Doggy. Straight, get in there. Scheiße, ich wollte zuhne Futter reinmachen. Mann. Kratos war das, glaube ich. I guess. So, davon ist jetzt Doggy. So. Oh, Essenszeit. Kommt her und ist... Klingelingeling. Hier kommt der Pfälzer, Mann. Nice. Ja, Feinies. Ja. Ja. Was macht der jetzt? Lecker und so, wo ist denn? Huch. Was ist denn los, Feini? Ja. Gordon hat den Hunden geholfen. Eines Hundes bester Freund. Hey. Na du. Gute Nacht, Tashi. Right away. Okay, was? Ist er jetzt einfach nur weg oder wie? Oder... What? Alright. Das heißt, wir haben jetzt wieder Spacey. Und... Wo kommt ein Testing hin? Ich glaube, das kommt jetzt unten da, wo wir jetzt hin müssen. Und der Spielplatzschlüssel? War das hier? Was war das nochmal? Ach, hier waren die Samen. Ach, das war ja die Soße. Ach, das war ja die Soße. Die drei Suppen. Wir haben bisher nur zwei. Okay. Äh, war das hier? Ne, das war auch verschlossen von außen. Äh, glaube ich. Ja. Von innen. Weißt du, wir gehen jetzt Paschel runter. Haben wir noch ein Heeltonikum? Ne, aber nicht. Mann. Jan, blickt ihr da überhaupt durch? Während ich hier meinen Runden laufe in dem Game? Wir sind verwirrend, oder? Ich blick nichts mehr. Komm her. Komm her. Ich seh dich nur laufen, schießen, rätsellösen und repeat. Ja. Oh. Ach, jetzt ist er schon wieder da. Warte mal. Wobei, ist er nicht getaped? Bitch, bist du getaped? Ne, bist du nicht. Jetzt wirst du getaped. So. Äh, wie war das? Oh. Was ist immer hier? War das Garden? Ne. Äh, hallo? Ne. Ne, ne. Was war das? War das hier Sewers? Hä, wo war das jetzt? Office? Wir haben doch eine neue Kombi gekriegt, oder? Ah. Okay. Peakstern. Karoherz. Peakstern, Karoherz. Peakstern, Karoherz. Äh. Peak. Stern, Karoherz. Nee. Hä, meinst du? Ach, ich hab den gerade reingedickt, ne? Shit. Äh, hier lang? Ja. Ja. Nee. Äh. Äh. Kriegstern-Karo-Herz. Moment, Moment. Sehr ruhig. Alles nochmal raus. Kriegstern-Karo. A puppet Winterthorn. Ich seh dich im Game viel laufen und danke, dass du mit uns spazieren gehst. Jederzeit, Chat. Auch für YouTube. Kleiner Spaziergang am Abend. Ganz klar. Ne, war mit. Wie auch. Oh, das ist ein Hummer. Wohl ein Hummer? Wo kann man jetzt hin? Schatzsuche. Alter Zugang zu Bühne 5. Wut? Bühne 5. Wut? Oh, shit. Wo sind wir denn jetzt hier? Es wird ja einfach immer größer. Oh, no. Wollen wir das Wasser? Das Clivers. Das ist die Schatzruhe. Aber Stage 5 ist halt nirgendwo markiert, ne? Das ist Geheimnis. Is that right? Ein Secret. Oder what? Jetzt kriegen wir jetzt eine Ultra-Pi-Pi-Gun. Oh, was brauchen wir jetzt hier? Ein Runtersteckplatz. Was? Da liegt doch irgendwas drin. Ich hab ne geile Buffer oder so. Oh. Edelstein. Kommt das hier rein? Ah. Okay, ein. Okay, wir müssen sich Edelsteine suchen. I see. Ja, komm her, Bitch. Oh, wir sind halt wieder aus. Oh, ist der schnell. Komm. Ah, Mann. So unpredictable. Vielleicht wird sie doch gleich tot. Mann, was ein Scheiß. Ich versteh's einfach nicht, ey. Äh, hier ist noch einer. Können wir den Säbel wenigstens, dann können wir uns wegschlacken. Scheißpuppen. Jetzt wenigstens Ruhe. Lass mich raten, wahrscheinlich oben auf dem Geländer ist noch irgendwo einer. Deswegen haben wir vorne die Leiter da. Was bist du denn? Hallo? I don't know. Kommt das hier hoch? Ne, da liegt nix. Kommen wir da irgendwie hoch? Ist man das versteckt oder so? Oh. Hey, da ist eine Kiste. Hallo, ich will zur Kiste. Hallo. Warum komme ich jetzt zur Kiste? Oh, Mann. Wehe, da ist jetzt keine ultrageile Waffe drin, die uns hilft gegen die Muppets hier. Ich dachte, ich krieg die Schwert. Wow. Wenn das jetzt schon ein Secret Room ist, gibt mir irgendein Schretter oder eine Kettensäge oder so, die unbegrenzt funktioniert. Schlusspunkt. Wir brauchen Größe 8. Ach, leck mich am Arsch. Die Macht der Rhetorik. Finde den Schlusspunkt. 900. Habe nix gesagt. Das ist das beeindruckendste Stück Metall, das ich je gesehen habe. Okay. Secret, aber was ist, wenn wir da hochgehen? Wir können ja noch da hoch. Okay, was hier oben? Oh, lass mir noch lange Wege kreieren. Vielleicht freut sich der Spieler ja. Da-da-dun-da-dun-da-dun-da-dun-da-dun-da-dun-da-dun. Wenn ich jetzt hier einmal im Viereck laufen, da war nix, ne? Und jetzt wieder. Ach, das ist ein Buchstabe. Nix. Wow. Dankeschön, Game. Warum? Warum? Wir sind in diesen Buchstaben. Ach, hier ist die Tür. What the fuck? Hä, wir sind... What? Sollen wir in die Hundehütten? What? Was sind wir denn? Aha. What? Ach, wir sind hier. Hey, wo ist Babyvogel? Wir können da vorne droppen. Warum will ich da rein droppen? Warum will ich das? Also, ich meine, ich mache es. Wow. Toll, jetzt sind wir einfach nur wieder in dem Ding. Sollen wir jetzt das Huhn killen oder wie? Nee, niemals. Jetzt ist er weggeschossen. Wow. Ich treffe den mal. Ich glaube, geht nicht. Kaputtbar. Hm. Ich glaube, man kann sich abschießen. Ich will nur sehen, wie schnell die aber wegfliegen. Moment. Kann ich nachladen? Nee. Okay. Warte mal, was wollte man jetzt machen? Muss es die Brille sein? Was wollten wir denn jetzt noch machen? Ich weiß nicht mal. Das Ding haben wir eingesetzt. Was habe ich denn noch was wollte man mit mir machen? Wir hatten den Spielplatzschlüssel für. Wo ist der? Zu einem Spielplatz. Grün haben wir auch noch offen. Pumpenteil. Wo tut man das hin? Ich habe keine Ahnung. Ich komme jetzt wieder da hoch. Ja gut, ich kann mir die Brille holen, Chad. Aber ich glaube nicht, dass wir es dem Ding aufsetzen können. Ich probiere es für euch. Dann tun wir einfach mal die Schottie weg. Im Garten. Was war ich schon im Garten? I don't know. Wie? Warte. Ach, wir haben ja gar kein Stone. Stimmt. Einmal hier rein. Wir tun die Schottie jetzt rein. Verstecken. Das ist die Box voll. Ach, wir müssen ja das Zeug hier noch suchen. Ich erinnere mich. Im 2 von 3. Die Flüssigkeit fehlt. Ich lasse den auch noch mal kurz mit. Ich will das los haben nämlich. Verstecken. Verstecken. Das hier hin. Das hier hin. Das da hin. Das Riesending da unten hin. Die bleibt bei uns. Die Sicherung kann, glaube ich, auch weg. Ordentlich nimmer. Was mit dem Pumpenteil ist, ist das immer die ganze Zeit rum. I don't fucking know. Verstecken. Ciao. Okay. Brille. Also, und dann speichere ich jetzt. Und wir gehen zum 4 oder wie? Weil, usen kann ich jetzt nicht. Untersuchen. Mit Plastikaugen auf der Rückseite. Ich glaube, Chat, das wird dann funktionieren. Wir probieren es aber. Geil, dass wir die mal die Railgun hier bekommen haben. Hey! Hey! Wo bist du? Ist er da hinten? Ja. Hey! Überprüfen. Hey, du warst doch gerade eben da. Oh! Die hat übergeglich die Brille. Das ist ein guter Mädchen. Da wir gehen. Sehr schön und ruhig. Es hat lange lange, wenn du dich selbst gesehen hast. Huh? Das passiert mit allen uns. Wir alle werden schocken, manchmal, wenn wir in den Augen sehen. Ah! Oh, sorry. Sorry. Wow. Blick in den Spiegel. Gordon hat Pearl geholfen. Hey, komm, mich freut. Hey, siehst ganz gut aus. Ja. Ja, die Wackelohren. Ja. No. Okay. Nice, Chat. Ich hätte nicht gedacht. Wir haben ein glückliches Huhn, ja. Okay, wir haben das fertig. Jetzt brauchen wir die Flüssigkeit. Wo kriegen wir noch eine Flüssigkeit her? Wir haben dann noch dieses komische Kugelding mit irgendwelchen Symboliken, wo wir keine Ahnung drüber haben. Da haben wir alles... Hier, keine Ahnung. Da haben wir jetzt einen Geheimwürfel gefunden. Büros. Dem Ruh. Nee. Vielleicht war hier noch die Flüssigkeit drin oder so. Ich guck mal. Hol uns mal alle Flüssigkeiten und dann gehen wir mal rüber. Also hier durch. Man kann bestimmt allen helfen. Hey. Ciao. Eigentlich könnte ich auch da rum. Nö. This way. Flüssigkeit, Flüssigkeit. Vielleicht haben wir irgendwo eine oben vergessen. Oh, shit. Oh, man. Ich glaub, der ist ja unkappt war. So, wieder rein hier. Da haben wir jetzt noch den ganzen Kasten. Warum geht das nicht mehr? Hä? Ach, muss ich wieder die Dinger oben aktivieren oder was? Is that why? Is that why? Huh. Vielen Dank.